Dieser Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist reitürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ständig 1000 Ford auf Lager 2 2 1 2 2 2 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020